moin moin und herzlich willkommen zurück zu starfield ja warum war mein antrieb gerade so leer verstehe ich jetzt auch nicht so aber wir wollten jetzt hier hin zur klinik und da mal mit einer gewissen person reden jetzt jetzt können wir andocken so irgendwie was mit der musik müssen wir auch mal wieder gefixt kriegen ich weiß nicht woran das liegt ja ich weiß jetzt echt nicht woran das liegt das ist schon jetzt seit ewigkeiten dass die musik einfach nicht mehr neu andere person aber ganz egal wie viel wir lernen und entdecken wir sind den viren immer nur minimal voraus alles okay wir sind hier um zu helfen unbefugten ist der zutritt verboten nur personal medizin ich gehöre zu einer geheimen gesundheitstaskpost ich soll hier einen ausbruch untersuchen tut ihm leid ich habe mich ein bisschen verlaufen ich muss dringend dort rein ich versuche mit überzeugen ganz bestimmt ich weiß dass du mir helfen willst du kannst nicht jeden x belieben durchlassen schon klar muss hart sein ständig nein zu sagen zur not gehe ich dort in gewalt anlass nicht drauf ankommen ich habe hier nur ein kleines fenster ja die zeit bringt du kommst hier nicht durch das hat nicht funktioniert nicht mein problem wird auch nicht okay wir finden bestimmt eine lösung du hast keine ahnung wovon du sprichst falls du hilfe brauchst rede mit jemandem am empfang und jetzt verschwinde bevor ich dich verhafte wer will mich verhaften ich habe ich bin selber jemand okay wer hat bei allem im hinein gesagt du würdest dich wundern wie auch dich erklären muss dass tech updates priorität haben sollten oder vielleicht noch nicht kann ich sonst noch etwas für dich tun ja du kannst du doch bestimmt helfen brauche zugang zum sicherheitsflügel tut mir leid in den sicherheitsflügel darf niemand nicht einmal das normale personal der klinik die mieter die da drin arbeiten lassen den flügel streng bewachen der diensthabende wachmann soll mal an seine einstellung haben free star wach nichts besseres zu tun als eine medizinische einrichtung bei der ständigen überwachung ist das entweder ein militärprojekt illegal oder beides genau das gespräch habe ich auch schon mit der wache geführt er hat keine ahnung was los ist aber spekulationen machen immer spaß ok ich wüsste ja gerne wie er hier gelangt naja unter uns gesagt ich weiß dass er wegen seiner aurora sucht degradiert wurde er hat es nicht immer leicht er taucht nur ein bisschen auf wenn dr o schon da ist ich glaube er ist ein bisschen verknallt ziemlich süß sonst noch fragen hast du gesehen ob jemand ein sicherheitsflügel betreten oder verlassen hat es gibt einen arzt und ein paar pfleger und eine handvoll freiwillige ich nehme mal an dass sie irgendwelche klinischen tests machen aber das geht schon ziemlich lange ich habe niemanden gesehen oder sie entlassen sie wenn ich gerade nicht da bin woher weißt du dass er süchtig nach aurora er war hier schon einmal in behandlung er hat seine stelle nur noch weil er von seiner sucht erzählt und um hilfe gebeten hatte ich habe nur angst dass ein rückfall erleidet er kämpft damit clean zu bleiben warum glaubt dass er auf dr osian steht wenn dr ocean da ist und strahlte einfach man merkt dass er sich richtig bemüht nicht einfach nur breit zu grenzen ich glaube eine positive beziehung könnte ihm richtig gut tun ich weiß nur nicht ob es dr ocean aus so sieht wer ist doch dr ocean ist unser neuerster arzt hier er arbeitet im medizinischen flügel unter der leiterin dr darwisch falls dr darwisch in rente geht wird er sicher ihr nachfolger ok er steht uns auf männer ok dann kann ich ihn da vielleicht gerne sagt bescheid wenn du noch was brauchst dr auch schon hier ich würde es noch mal versuchen wo auch wo auch du hast doch die größten fliege ausgeschaltet oder ich habe ein kumpel bei der siste er hat mir alles erzählt abgefahren und ich habe gehört dass du was zum sparen übende draußen schicken er meinte er könnte bei irgendwas an hilfe wir könnten scheiße sein die aurora geben wir könnten ihn anlügen und zu dr auch schon schicken und wir geben ihm einfach geld schön du bekommst eine zugangskarte hoffentlich regelt in findet die das wir können rein nein so ok wie sie Ich will das nicht nochmal durchkauen. Ich bin müde, okay? Heute mal nicht. Das kann doch für dich nicht okay sein. Du hast ein Eid abgelegt und verstößt gerade dagegen. Hey, das Zeug ist da, auch wenn ich nicht weiß, was ich jetzt damit machen soll. Vielleicht ist die Genehmigung ja wirklich unterwegs. Und jetzt geh bitte zu Kai. Sieh nach, ob er stabil ist. Hey, wer hat dich reingelassen? Zutritt verboten. Äh, Medizin, ich habe Erfahrungen mit Koma-Patienten. Wenn du mir sagst, was los war, kann ich vielleicht ja... Infinity-LTD schickt mich. Ich soll sie persönlich von eurem Fortschritt unterrichten. In dem Fall solltest du mit Dr. Lane sprechen. Ah, okay. Den konnte ich anlügen. Dieser verdammte Vertrag wird mich ruinieren. Kendrick Lane. Entschuldigung, aber hier ist Zutritt verboten. Du musst gehen. Ja, äh, Sicherheit. Ich muss ein wichtiges Sicherheitsabdruck auf deinen Computer... Ich komme von Infinity-LTD. Lüge den mal an. Ha! Kleine Kontrolle, ja? Eigentlich sollten wir euch kontrollieren. Was willst du? Äh... Warum ist das hier drin so leer? Bist du etwa für diese Frage extra hergekommen? Weil wir die dritte Gruppe Patienten verloren haben. Kommst du jetzt bitte mal zur Sache. Ich muss Fehlerberichte dokumentieren. Warum musst du denn nach uns sehen? Ah, verstehe. Die schicken mir einen schlecht informierten Neuling, damit ich alles noch einmal erklären darf, während du mir rein gar nichts sagen kannst. Seit Wochen versprechen sie mir die offizielle Autorisierung für das Dominion-Projekt. Aber dann heißt es jedes Mal, nur noch ein paar Tage. Bei so viel geballter Kompetenz ist es ein Wunder, dass Infinity-LTD nicht pleite geht. Ich brauche ein mündliches Update zum Projekt. Aber sicher doch. Die täglichen Berichte reichen natürlich nicht. Auch die dritte Gruppe hat den internen Neuro-Amp wieder abgestoßen. Und es sind alle gestorben. Bis auf einen, der noch im Koma liegt. Sean und ich hoffen, dass wir ihn wiederbeleben können. Aber bis wir den Nachweis für die Genehmigung zu Tests an Menschen sehen, gibt es keine vierte Gruppe. Mhm. Äh... Berge, Rote-Zi-Lieferung. Äh, verstehe. Bei solchen Ergebnissen würde ich die Tests auch wählen. Wenn dein Vertrag will, dass du weiterhast, dann machst du auch weiter. Die Entscheidung liegt ganz bei Infinity. Äh, das ist schon die dritte Testgruppe, die ihr verloren habt. Glaubst du, eure komatöse Testperson kommt wieder auf die Beine? Es gibt leichte Hirnaktivitäten, die uns Hoffnung machen. Sein Überleben ist unsere oberste Priorität. Und das ist schon die dritte... Tu nicht so überrascht. Das weiß Infinity ganz genau. Ich erinnere sie in jedem einzelnen Bericht an diese Statistik. Also täglich. Ja, ich bin neulich. Die Standardantwort lautet immer, Rückschläge sind zu erwarten. Einfach weitermachen. Ja, wie du festgestellt hast, ich bin noch neulich. Ich bin noch ganz grün hinter den Ohren. Die Entscheidung liegt ganz bei Infinity. Ja, und wenn Ihnen die Antwort nicht gefällt, dann viel Glück bei der Suche nach jemandem, der unter diesen Bedingungen arbeitet. Also, kann ich sonst noch was für dich tun? Wir haben versehentlich eine Lieferung hierher geschickt, die ich nun wieder haben soll. Habt ihr kurz meine Lieferung erhalten? Ah ja, raffiniertes Rotizid? Als hätte ich hier die Ausrüstung, um experimentelle Legierungen herzustellen. So, äh, ja, ich brauche die Rotizid-Lieferung. Wir werden uns persönlich darum kümmern. Gut. Mein Gebiet ist die Neurochirurgie, nicht die Chemie. Es ist absurd, dass eine medizinische Einrichtung das handhaben soll. Es liegt auf dem Tisch. Bedien dich. Sonst noch was? Äh, warum hast du nach der ersten Gruppe nicht gekündigt? Was heißt, wenn Infinity die Genehmigung nie erhält? Nö, das wäre alles. Gut. Und jetzt entschuldige mich. Ich muss arbeiten. Okay, also das ist die Lieferung. Die darf ich mitnehmen? Okay. So. Hier meckert mich jetzt keiner an. Hier meckert mich keiner an. Wir haben... Wir haben das Dings, äh, wieder hier, das, äh... Wenn ich deswegen meinen Job verliere, mache ich dich fertig. Ich hatte offiziell nichts damit zu tun. Hast du nicht, ne? Ich, ich war ja von, äh... Ich war ja von, äh, Infinity. Behaupten wir einfach mal. Okay, wir gehen wieder, äh... Wir gehen wieder zurück. Wir haben die Quest erledigt. So, abdocken. Druck normalisiert sich. Abdocken komplett. So, und... Die Richtung. Auf nach Wohli! Geht's los? Ja, jetzt geht's los. Na, aber wir müssen auch... Ja, okay, schön. Schmuggelware an Bord? Was? Äh, nee, äh, hier. Digi-Dietrich, wo haben wir... Entnommene Organe? Verdammt, äh... Ungestohlene Kunst? Ey, verdammt. Äh, was mach' ich jetzt? Hier gibt's ja nirgendwo. Warte, an, wo hab' ich die denn jetzt her? Ja, okay, hier... Unser Scan zeigt Schmuggelware an Bord. Sofort anhalten. Wir kommen an Bord. Illegale Waren und Diebesgut werden beschlagnahmt. Äh... Keine Sorge, ich mach' keinen Ärger. Gut. Wir brauchen heute nicht noch mehr Ärger. Was? Äh, verdammt, die haben mich festgenommen. Verdammt, hier haben die mich jetzt auch einmal festgenommen? Ja. Ich krieg' das auch immer wieder hin. Immer wieder Ärger mit den Behörden hier, ey. So, jetzt bin ich entlassen, ne? Wenn sich die Gangs heute mal nicht umbringen, könnte das ein guter Tag werden. Verdammt. Aber irgendwo muss ich die dann, äh... Okay, obwohl, wird das wirrig sein, was... Das ist ein Befehl. Keine Bitte. Jetzt hab' ich hier einmal Mist gebaut. Mit mir willst du dich nicht? Also, ich bin überladen. Ich hätte vielleicht ein paar Sachen auf dem Schiff, äh... einlagern sollen. Beziehungsweise eventuell auch verkaufen. Ich schau' mal gleich, ob ich noch die Sachen verkaufen kann, äh, verkauft kriege, die ich habe. So. Ich hab' dich im Blick. Ich bin ja ein Teil von euch, hallo. Wenn du das ROTIZID hast, rede zuerst mit Wiener. Hallo. Ist das endlich meine Lieferung? Ja. Du hattest wohl recht, Masako. Lieferung, äh, geben hoffentlich alles da, wie... ausgewiesen. Ich ledige immer meinen Job. Eine Menge Arbeit für ein bisschen ROTIZID. Äh, ich ledige immer meinen Job. Hab' ich gehört, ja. So, ich verabschiede mich. Ich muss den Prototypen finalisieren. Was hast du über CM Station RC-1 erfahren? Äh, finde ich, hat Ecliptic Söldner angeheuert, um die Lieferung zu beschaffen. Wenn Lucas die anheuert, um ans ROTIZID zu kommen, muss er verzweifelt sein. Gab es... Überlebende? Nein, aber ich habe dafür gesorgt, dass Ecliptic mit Blut bezahlt hat. Niemand hat überlebt, Ecliptic hat alle ermordet. Bin nicht sicher, ich war nicht lang genug dort. Äh, du fragst zwar, aber ist das dir wirklich wichtig? Warum waren dort keine Wachen stationiert? Waren die Leute völlig ohne Schutz? Das ist eine gute Frage. Die Station auf Kariné 3a und der Vertrag mit Consolidated Mining sind streng geheim. Wir dachten nicht, dass sie in Gefahr sind. Wir dachten aber auch nicht, dass wir einen Maulwurf haben. Hm. Aber ist das dir wirklich wichtig? Die Businesswelt hat ihre hässlichen Seiten, aber wir sind keine völligen Unmenschen. Wir agieren strategisch und präzise, wie du wissen solltest. Wenn wir ein Gemetzel an Unschuldigen gutheißen, werden wir von Geschäftsleuten zu Kriminellen. Okay, ja. Äh, nein, aber ich habe dafür gesorgt, dass Ecliptic mit Blut bezahlt hat. Gut, ich will Mord nicht gutheißen, aber mit rücksichtslosen Killern wie Ecliptic habe ich kein Mitleid. Erst recht nicht nach dem Massaker an unschuldigen Angestellten. Mir wurde berichtet, dass du in der Klinik gesehen wurdest. Hast du die Lieferung dorthin zurückverfolgt? Hm, ja, Infinity LCD hat einen privaten Vertrag mit der Klinik über einen Sicherheitsflügel. Der Klinik hat die Lieferung zur Klinik umgeleitet an einen gewissen Dr. Kendrick Lane. Dr. Lane? Ich glaube, Wiener ist mit seiner Arbeit in der Neurochirurgie vertraut. Konntest du herausfinden, was er in der Klinik gemacht hat? Infinity LCD hat illegalen Menschen experimentiert, um ihren internen Neuro-Amp zu perfektionieren. Infinity hat Menschen getötet, sie haben versucht, ihren internen Neuro-Amp zum Laufen zu kriegen. Wenn ich es dir erzähle, versprichst du mir dann, dass du es Infinity und Lucas Drexler heimzahlst? Wie legitim ist die Klinik eigentlich? Warum hat sie überhaupt einen Vertrag mit Infinity? Das ist eine gute Frage. Die Klinik ist für alle Menschen da. Aber für den Betrieb sind natürlich Credits nötig. Meistens ist die Klinik auch die beste Wahl für Forschungen. Nicht jeder hat die Ressourcen, selbst eine gute medizinische Abteilung aufzubauen. Ah, okay. Okay, dann, das erklärt sich. Okay. Mehr habe ich nicht. Infinity hat einen Menschen getötet, äh, Infinity hat illegalen Menschen experimentiert, um internen Neuro-Amp zu bekommen. Tja. Offenbar greift Lucas zu immer verzweifelteren Maßnahmen, um seine Zukunft als CEO zu sichern. Ich werde Yukos Team möglichst viele Informationen zu dieser Sache aus der Datenbank der Klinik ziehen lassen. Lucas hat Ekliptik angeheuert und nicht genehmigte Tests an Menschen durchgeführt. Das ist sein Ende. Und nachdem das Rotizid gesichert ist, können wir bald in Aktion treten. Hm, wir müssen Infinity und Lucas ein für einmal entliegen. Ohne das Rotizid ist Infinity Forschungsabteilung völlig aufgeschmissen. Wird auch höchste Zeit. Ich will das hier endlich hinter mich bringen. Wie lange wird Wiener brauchen, um den internen Neuro-Amp fertigzustellen? Nicht mehr lange, sagt sie. Sie und Demarcus haben schon alles vorbereitet. Sie müssen wohl nur noch die Legierung erschaffen und in die richtige Form für ihr Design bringen. Hm, ohne das Rotizid ist Infinity Forschungsabteilung völlig aufgeschmissen. Ganz genau. Ohne das Rotizid sind sie aufgeschmissen. Geh in die Chefetage und rede mit Dalton. Er hat Neuigkeiten zur Identität des Maulwurfs. Ich habe ein Meeting einberufen und erwarte deine Teilnahme. Wir müssen die Endphase in Gang setzen. Oh, Medi-Pack. Okay, ähm... Da lang. Hilft Dalton in seinem Büro. Äh, Managerbüro. Gehen wir hoch. Von dem Deal könnte die Zukunft meiner Firma abhängen. Ja, ich weiß nicht, ob ich in Real Light mit Ryujin arbeiten wollen würde. In den Sperrzonen hast du nichts verloren. Aber fein von denen würde ich nichts sagen. Gut, du bist freundlich. Ich habe die Beweise alle noch einmal gründlich analysiert. Das Ergebnis ist eindeutig. Ularo ist der Maulwurf. Äh... Ich wusste, dass Imogen unschuldig war. Ularo ist eine Verräterin. Sie wird dafür bezahlt. Heißt das, dass wir Imogen zurückholen können? Später. Ich melde mich bei ihr. Aber vorerst muss sie in ihrem Versteck bleiben. Äh... Sie wird dafür bezahlt. Allerdings. Ich habe Masako geprieft und ihr weiteres Vorgehen besprochen. Wir sind uns einig, dass Ularo schuldig ist, brauchen aber klare Beweise, bevor wir den Vorstand informieren. Vorerst lassen wir alle glauben, dass Imogen der Maulwurf war und die Situation geklärt ist. Äh, wir tun, als wäre Imogen der Maulwurf, damit Ularo nicht misstrauisch wird, geht klar. Verstanden, ich möchte erst handpass beweisen, dass niemand anfechten kann. Masako ist die CEO, sie sollte Ularo einfach feuern. Aber Imogen ist unschuldig, das kommt mir so unfair vor. Was soll Imogen in der Zwischenzeit machen? Sich weiter verstecken? Imogen ist klug. Sie hat unter Garantie einen guten und sicheren Unterschlupf gefunden. Vermutlich sieht sie das Ganze sogar als bezahlten Urlaub. Bestimmt chillt sie irgendwo auf einer Couch und binget all die Filme, für die sie bisher nie Zeit hatte. Äh, okay. Gut. Ularo im Dunkeln zu lassen, ist absolut entscheidend. Masako hat Ularo beauftragt, das Programm zum Sturz von Infinity Ltd. zu schreiben. Wir glauben, dass sie die Gelegenheit nutzt, Masako innerhalb des Programms zu belasten. Das dürfte uns die nötigen Beweise liefern. Du wirst mit der Mission beauftragt, Infinity zu infiltrieren. Bevor du also gehst, bring mir bitte das Programm. Äh, ich gebe dir Ularo das Programm dann weiter. Äh, keine Chance, dass sie auch noch Masako hereinlegt? Gut. Sobald Ularo denkt, dass sie jeden Verdacht von sich abgelenkt hat, ist sie sicher kühn genug, um etwas in dem Programm zu verstecken, das sie schreibt. Also, gehen wir zu dem Meeting. Ich mag auch sein Outfit, das ist auch interessant. Versuch mal in dessen Tempo zu bleiben. So, ich setz mich mal. Wir sind heute hier, um über einen Sicherheitsverstoß zu informieren. Wir haben einen Maulwurf enttarnt, der Informationen zum Dominion-Projekt an Infinity-LTD geleakt hat. Das soll wohl ein Witz sein, oder? Bitte sagt nicht, dass es Vina ist. Sie ist ja verdächtigerweise abwesend. Bevor weiter spekuliert wird. Nein, es ist nicht Vina. Die Schuldige ist Imogen Sarsu. Zu meiner großen Enttäuschung. Unser Agent hier hat Beweise dafür gesammelt. Ja, Imogen hat gestanden im Auftrag von LTD. Imogen hat versucht, Ularo als Maulwurf darzustellen. Imogen hat euch alle reingelegt, die Security hier ist lächerlich. Ich wollte Imogen auswendig machen und sie bezüglich dieser Situation zur Rede stellen. Ich würde das hier mal behaupten. Imogen hat versucht, Ularo als Maulwurf darzustellen. Dalton, wie kann so etwas passieren? Imogen ist extrem gut ausgebildet, wie Ularo bezeugen kann. Wir fordern die Besten. Das hat aber seine Gefahren. Ich habe zwar gut ausgebildete Agents, aber für die Sicherheit bist du zuständig, Dalton. Das ist ein schweres Versagen deinerseits. Ich übernehme die Verantwortung, aber vergessen wir bitte nicht, dass der Maulwurf bereits eliminiert ist. Natürlich, dank eines weiteren meiner Agents. Wir können Dalton nicht die Schulter vergeben. Vielleicht sollte ein gewisser Jemann das Personal besser im Auge behalten. Ich hätte gerne eine dritte Option. Beigefallen mir irgendwie nicht. So, äh... Wir können Dalton nicht die Schulter vergeben. Denkst du? Imogen ist Geschichte. Dieses Gezänk ist zwecklos. Mich kümmert nur, wie wir unser Eigentum zurückerlangen und wie viel Geld das uns kostet. Wiener stellt gerade den Prototypen für den internen Neuro-Emp fertig. Unser Agent erhält das Implantat, infiltriert Infinity LTD und stellt sämtliche Forschung sicher. Ich weiß aus guter Quelle, dass ihre Experimente zum Nachbau der fehlenden Teile unserer Arbeit mehrere Menschenleben gefordert haben. Ähm... Ja, Infinity LT hat in der Klinik illegale Versuche an Menschenverdrücke. Vergesst nicht, dass Infinity das Personal von CM Station RC1 von Söldern ermordnet ablassen. Wenn die Öffentlichkeit Wind davon kriegt, wird sie fordern, dass Lukas Drexler das Kopf rollt. Ich mach's so. Ihre Rechtsabteilung muss mit gewaltigen Problemen zu kämpfen haben. Ich würde vorschlagen, dass wir die Beweise David von SNN geben. Das ist die beste neutrale Methode, die Informationen öffentlich zu machen. Das wäre mir eine Hilfe. Gut, dann David. Masako, der interne Neuro-Emp ist bereit, wenn du die Versuchsperson schicken willst. Ich hoffe, du bist bereit dafür. Äh, ich bin immer bereit, alles zu tun, was nötig ist. Für bahnbrechende Technologische Fortschütze, da bin ich sowas von... Nicht wirklich, aber ich habe ja keine große Wahl. Man hat immer eine Wahl. Man muss nur entscheiden, mit welchen Konsequenzen man lieber lebt. Wiener wartet im Neuro-Emp-Labor in der F&E-Abteilung auf dich. Wenn du fertig bist, komm in mein Büro. Dann besprechen wir die Details zu deinem nächsten Einsatz. So. Okay, äh... So viel zu tun. Ich will trotzdem ihr Outfit haben. Ihr, das ist besser. Okay, ist ja auch Chef. Das ist die falsche Richtung, glaube ich. Da, da. Diesen Weg. Das mit der Musik stört mich echt, dass hier keine mehr läuft. Seit wann ist das, dass die Musik aufhört? Oder einfach aufgehört hat? Schon wirklich lange. Falls Wiener dir einen Job als Laborkraft anfällt. Ist wirklich alles okay? Lena. Du warst so schnell weg. Vertrau mir einfach. Alles gut. Ich dachte, die Formel wäre es. Und dann ist sie mir um die Ohren geflogen. Fast hochschädig. Hier wurde ich erwischt worden. Überprüfe die Dosis noch einmal. Eine Narkose macht mich immer flüchtig nervös. Beruhigend ist. Ich habe sie schon viermal überprüft. Schön, dich wiederzusehen. Äh, ja, Wiener. Ah, da ist hier unser Glückspilz. Bist du bereit, eine unglaubliche Reise anzutreten? Äh, ja, aber glück mir bitte nicht das Hirn. Oh, keine Sorge. Das ist nicht vorgesehen. Erst gehen wir ein paar Details durch. Du kommst natürlich unter Narkose. Ich werde einen kleinen Schnitt am Hinterkopf machen, wo der interne Neuro-Amp eingepasst wird. Die ganze Operation dauert etwa drei bis vier Stunden. Danach bist du fast sofort wieder fit. Falls der Markus alles richtig eingegeben hat, versteht sich. Ich sage doch, ich habe alles viermal überprüft. Hey, ich ärgere dich nur, weißt du doch. Außerdem muss ich meine Versuchsperson beruhigen. Wirklich sehr beruhigend. Witzig über eine Bevorstehende okay zu machen. Ach, dir passiert schon nichts. Ich sage nur, dass du in guten Händen bist. Also leg dich einfach auf den Tisch, wenn du bereit bist, dann können wir loslegen. Ein oberflächlicher Scan ihrer Vitalfunktionen zeigt, dass sie aktuell am Leben sind. Danke für die Info, äh, Sani Roboter Model A. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ich am Leben bin. Okay, wir riskieren das jetzt. Alles klar. Dann kann die Party ja steigen. Okay. Was passiert jetzt? Ah, endlich aufgewacht, Schlafmütze. Die Operation war ein Erfolg, offensichtlich. Wenn du wieder ganz da bist, sag Bescheid, wie es dir geht. Wo ist meine Mütze? Wo ist meine Mütze? Ich bin hier der Käpt'n, ja? Meine Kapitänsmütze. Schön, dich wiederzusehen. Also, wie geht's dir? Gut siehst du aus. Äh, mir geht's gut. Scheint alles wie immer zu sein. Ich bin enttäuscht. Ich hatte gehofft, ein paar coole Bionen Schmutz zu kriegen. Jep, so geht es mir jeden Morgen. Aber der Sinn der Sache ist ja, dass es keine visuellen Veränderungen und keine negativen Nebenwirkungen gibt. Ein paar Hinweise, bevor du den internen Neuro entnutzt. Erstens, du kannst immer nur eine Person beeinflussen. Und zweitens, hält der Effekt nur kurze Zeit an. Bedenke das in einer Kampfsituation. Hm. Außertraum von einem lebenslangen Sterben. Äh, wie lange hält der Effekt denn genau an? Sagen wir einfach, es hängt vom Nutzer ab. Das größere geistige Leistungsvermögen mancher Menschen kann die Dauer des Effekts verlängern. Naja, Außertraum von einem lebenslangen Sterben. Das ist etwas, worüber wir mit dem Drone-Team reden müssten. Dann testen wir das Baby doch gleich mal. Demarcus stellt sich als Versuchsperson bereit. Ähm, ich dachte, er weiß schon, wie es sich da anfühlt. Ziemlich mutig von ihm. Nach allem, was in der Klinik passiert ist. Ist er nicht, äh, einer deiner Top-Leute? Du willst wirklich sein Leben riskieren? Unser Testregime war so streng, dass im Grunde überhaupt gar kein Testrisiko mehr besteht. Die größte Unbekannte war es, die perfekte kompatible Legierung für das Implantat zu finden. Extern läuft die Technologie schon lange. Ich dachte, er weiß schon, wie sich das anfühlt. Er kennt die Externen, aber er hatte noch keine Gelegenheit, bei diesem Gerät das Versuchskaninchen zu spielen. Er ist bereit und wartet in der Testkammer. Wenn du also deinen Neuro-Amp testen willst, geh einfach über die Treppe aufs Observationsdeck. Sie scheinen dehydriert. Ich empfehle die sofortige Einnahme einer mäßigen Menge Wasser. Danke. Der Roboter ist super. Okay, also hier. Drücke LB, um deinen Scanner zu öffnen und die Person auszuwählen, die du manipulieren möchtest. Drücke LB, um deine sozialen Skills aufzurufen und wähle Manipulieren. Hast du eine Person manipuliert, wählst du das Objekt oder die Person, mit dem bzw. der sie interagieren soll. Diplomatie, Aufhetzen, Einschüchtern und Manipulieren sind soziale Skills, die du bei geöffnetem Scanner aktivieren kannst. Bewege deinen Cursor über das Ziel und drücke A, um deine sozialen Skills zu öffnen. Wähle per D-Pad den Skill, den du verwenden willst. Wenn der Einsatz eines sozialen Skills fehlschlägt, wird dein Ziel immun gegenüber allen weiteren Versuchen, soziale Skills bei ihm anzuwenden. Mit wem? Ach, hier, da unten. Der Marker Sterling. Sozial. Manipulieren. Ich kann sozial ach so Manipulieren. Manipulieren. Nochmal. So, nochmal. Hä? So, Manipulieren. Und bewegen. Jetzt nochmal. Ah, komm schon. Entriegel, komm. Warte, äh, Wiener und dem Markus. Wie können Leute jetzt manipulieren oder wie? Sozial? Manipulieren. 30 Sekunden. Oh mein Gott, das war unglaublich. Wie war es? Oh, wie soll ich das beschreiben? Eben war ich noch aufgeregt, wie das Experiment läuft. Und im nächsten Augenblick bin ich kurz desorientiert und denke, ich habe wohl den Faden verloren. Es war irgendwie ganz natürlich und, ja, wie du vorhergesagt hast. Ich wusste es, ich wusste es. Ich kann endlich meine neueste Dissertation fertig schreiben und du schuldest mir 100 Creds. Ich beobachte mich jetzt rund um die Uhr. Bin gespannt, ob es noch andere Nebenwirkungen gibt. Okay, sprich mit Bina. Also erzähl, wie hat es sich angefühlt? Gab es Nebenwirkungen? Äh, ich habe rein gar nichts gespürt. Das war viel zu einfach. Das ist mein neues Liebling gespielt. Ja, das wäre definitiv. Das war viel zu einfach. Diese Art von Nebenwirkungen sollte verboten werden. Kriege ich eine Entschädigung, wenn ich Nebenwirkungen spüre? Ach, das müssen Alexis und Linden entscheiden. Entschädigungen, das ist nicht mein Gebiet. Äh, das ist auf jeden Fall mein neues Lieblinges Spielzeug. Also keine Nebenwirkungen. Und das Spielzeug, das du so liebst, ist sehr mächtig. Also setz es weise ein. Ja, Spielzeug ist wohl kaum das richtige Wort dafür. Es war faszinierend. Ich habe mich nur kurz ein wenig desorientiert gefühlt. Eine erstaunliche Technologie. Hm? Sehe ich auch so, das eröffnet so viele neue Möglichkeiten. Ich würde mich niemals als andere Leute Marionette holen. Die Wahrscheinlichkeit beim Berechnen der Interaktion zwischen Universen in einem Multifahrer. Hm, kein bisschen. Aber es könnte schon merkwürdig sein, wenn ich mich so desorientiert fühle und dann in einem anderen Raum wieder aufwache. Wir führen aber definitiv noch weitere Tests durch. Es gibt unzählig viele Szenarien zu bedenken. Und wenn ich dich benutzt hätte, um jemanden umzubringen? Solche Ausnahmefälle muss grundsätzlich der Vorstand klären. So eine Technologie ist natürlich immer mit viel Bürokratie verbunden. Äh, sehe ich auch. Das eröffnet auf jeden Fall so viele neue Möglichkeiten. Ganz besonders was deinen Job angeht, ja. Ähm, außerdem hat man nicht komplette Kontrolle. Sind die Moralvorstellungen oder Überzeugungen eines Subjekts stark genug, gibt das Fehlerstellen. Allerdings war es euch erst interessant, welche Aktionen unsere Subjekte sich selbst gegenüber rechtfertigen. Okay, okay. Ich würde gerne den ganzen Tag über das Potenzial meiner genialen Erfindung plaudern, aber Masako will dich sehen. Du hast offenbar eine Mission zu erledigen und dem Markus und ich müssen unsere Berichte schreiben. Okay, willkommen bei der F&E-Abteilung. Ja, danke. Ich war hier schon mal. Ich überarbeite das Design schon zum zwölften Mal. Hallo. Okay, diese steine Gespräche die finde ich schon sehr anstrengend auch irgendwann. So, Masako irgendwie, ich muss ehrlich sagen, ich mag mittlerweile die Questreihe von Ryujin am liebsten. Wir kriegen hier neue Fähigkeiten. Wir können als Dieb unterwegs sein, beziehungsweise da bist du ja. Wiener hat zwar gesagt, dass du sofort wieder fit bist, aber ich war skeptisch. Hoffentlich hatte sie auch mit der Behauptung keine Hirnschäden recht. Nachdem du jetzt mit dem internen Neuro-Amp ausgerüstet bist, wird es Zeit, ihn einzusetzen. Wir schleusen dich bei Infinity Ltd ein. Jetzt lernt Lucas Drexler, warum man Ryujin Industries lieber nicht bestehlen sollte. Er wird sich wünschen, nie vom Dominion-Projekt gehört zu haben. Ich lasse ihn mit seinem Leben bezahlen. Hauptsache, er landet hinter Gittern. Ich bin bereit. Ich brauche nur die nötigen Einzeiten. Gut. Yuko hat uns einen Grundriss von Infinity Ltd beschafft. Du hast bei dieser Mission zwei Optionen. Wir stellen dir die Mittel für beide bereit. Option A, du kommst über den Wartungszugang auf dem Dach ins Gebäude. Option B, du bekommst eine falsche Identität und wir arrangieren ein Meeting. Darüber denke ich, wenn es soweit ist. Option A, ich will direkten Kontakt auf jeden Fall vermeiden. Option B, ich würde die Gelegenheit gern nutzen, um mein Schauspiel-Talent unter Beweis zu stellen. Nehme ich wirklich an diesem Meeting teil? Natürlich nicht. Das Meeting ist nur ein Vorwand, um hineinzukommen. Dein Gastgeber verspätet sich leider und du musst im Wartebereich warten. Von dort aus gehst du dann auf die Chef Etage oder in die F&E Abteilung. Bei Option A musst du die ganze Zeit unter dem Radar bleiben. Bei Option B hast du ein Mindestmaß an Tarnung, das dich durch Reden zu deinen Zielen führt. Option A, ich will direkten Kontakt auf jeden Fall vermeiden. Ja, je weniger Leuten du begegnest, desto besser. Idealerweise gar niemandem. Also je nachdem welche Option du wählst, bist du entweder im Wartungsgang oder in der Marketing Abteilung. Von dort aus hast du drei Ziele. Das erste Ziel ist der Computer von Lucas Drexler in seinem Büro auf der Chefetage. Zweitens Faye Saint-Sauvants Computer in der Forschung und Entwicklung. Drittens du musst ihren Prototypen beschaffen, auch aus der F&E Abteilung. Wie du siehst, hast du mehrere Ebenen vor dir. Das wird also wohl ein ziemliches Abenteuer. Kein Problem, das kriege ich hin. Das ist ganz schön viel, was ich machen muss, ohne erwischt zu werden. Das würde deutlich schneller gehen, wenn ich die Sache direkt angehen könnte. Wie weit komme ich mit der Identität rein, die ihr mir besorgen wollt? Freie Hand hast du nur auf der Marketingetage. Infinity ist zwar geizig, aber sie wissen auch, dass ein Mindestmaß an Sicherheit zwingend nötig ist. Mhm. Kein Problem, genau darauf zählen wir. Also, ich habe Ularo ein Programm schreiben lassen, das du auf Lucas und Faye's Computer ausführen musst. Sie erklärt dir die Details. Sobald wir Infinity Ltd. auffliegen lassen, werden ihre gesamten Daten genau unter die Lupe genommen. Die Öffentlichkeit soll nur erfahren, dass sie Söldner angeheuert und ungenehmigte Tests an Menschen durchgeführt haben. Dominion muss geheimbleiben. Ich habe ein Aufseherprogramm geschrieben, das alle Beweise sammelt, die wir benötigen und gleichzeitig alles löscht, was mit Ryujin und dem internen Neuro-Amp zu tun hat. Äh, ich habe so das Gefühl, sie wird uns verraten. Die wird uns hintergehen. Die Öffentlichkeit wird also nie erfahren, dass Infinity Ltd. die erfolgreich bei Ryujin geklaut hat. Klar, eine strafrechtliche Ermittlung wäre nicht gerade die beste Werbung für neue Technologie. Verstanden, ich kümmere mich darum, dass der Job erledigt wird. Was mit den Leuten, die davon wissen, zum Beispiel Lucas selbst? Alle, die sich auf Lucas' Seite stellen, würden wegen Beihilfe oder sogar als Komplizen verurteilt werden. Sie werden ihre Karriere nicht torpedieren wollen. Und was Lucas angeht, wenn er reden und dadurch auch noch Industrie-Spionage gestehen will, nur zu. Aber wer würde ihm das noch glauben? Also wir wollen nicht, dass jemand zu Schaden kommt. Ein Aufschrei über Morde würde von unserem Ziel ablenken. Wir wissen von Simon Ritschek, wie man die Zivilisten aus dem Gebäude evakuieren lassen kann. Du kennst ihn ja bestimmt noch von Cydonia. Infinities Wartungscrew ist unterbesetzt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein Druckventil zu lange unkontrolliert bleibt und sie ein Riesenproblem haben. Wenn der Druck zu sehr ansteigt, kommt es in allen Stockwerken des Gebäudes zu Gaslecks, wodurch automatisch ein Evakuierungsalarm ausgelöst wird. Simon hat uns die Zugangsdaten für ihren Steuercomputer beschafft. Du kannst also das Heizungssystem ausfallen lassen. Na gut, ich ziehe es in der Bewegung. Gut, je weniger Leute im Gebäude, desto besser. Gut zu wissen, dass es Simon noch gibt und er auf unserer Seite. Wo ist der Computer, auf dem ich die Zugangsdaten eingeben soll? Wenn Simons Informationen korrekt sind, kannst du über einen Computer im Wartungsbereich auf sämtliche Kontrollsysteme zugreifen. Wenn du über den Zugang auf dem Dach einsteigst, liegt das sehr günstig. Auf wen muss ich denn noch aufpassen, wenn alle Zivilisten raus sind? Der Wachdienst hat offenbar Masken für diese Situation. Die Wachen sind also weiterhin im Gebäude stationiert. Es ist auch gut möglich, dass sie das Abwehrsystem des Gebäudes aktivieren. Du begegnest vielleicht ein paar Automatikgeschützen. Versuche also, möglichst unbemerkt zu bleiben. Gut, je weniger Leute im Gebäude, desto besser. Leichten Anzug Kino oder Herr, die werden nie merken, dass sie dort war. Den hätte ich schon lange gebrauchen können. Danke, für den habe ich definitiv Verwendung. Schreibe ich damit offiziell zum Agent mit Senior Status auf? Bitte, du bist eine Ausnahme. Aber nach dieser Mission können wir über eine Beförderung reden. Anzug hin oder her, die werden nie merken, dass sie dort war. Genau darauf hoffen wir. Wenn du das hinkriegst, bin sogar ich beeindruckt. Wenn du das Overseer-Programm ausgeführt und den Prototypen sichergestellt hast, musst du nur noch die Slate zu David Barron in der SNN-Redaktion bringen. Gib ihm notfalls genügend Informationen, um sein Interesse zu wecken, ohne dabei Ryujin zu erwähnen oder zu sagen, wer du bist. SNN arbeitet oft mit anonymen Hinweisen. Sie werden eigene Recherchen anstellen, um die Geschichte zu bestätigen. Das wird das Highlight der Konzerngeschichte. Ich würde gerne Lukas Gesicht sehen, wenn die Nachricht im ganzen System gesendet wird. Ich kümmere mich darum, dass David Barron bei SNN die Slate erhält. Und wenn David Barron der Sache nicht glaubt, hier gibt es das Overseer-Programm an David Barron. David Barron. Der einzig Wahre. Ich kümmere dich darum. Gut. Ich garantiere dir, sobald er auch nur an der Oberfläche der Story kratzt, überträgt er sie in alle Systeme. Also, noch irgendwelche letzten Fragen? Äh, mit was für Security muss ich denn bei Infinity-LTG rechnen? Je nachdem, ob du das Gebäude evakuieren lässt oder nicht, bekommst du es mit Wachleuten zu tun. Ähnlich wie hier bei uns. Du könntest auch auf automatische Verteidigungsgeschütze stoßen. Also sei vorsichtig. Könntest du noch einmal meine Aufgaben durchgehen? Äh, wie kann ich den internen Neuralm zu meinem Vorteil nutzen? Du kannst andere manipulieren. Wenn dir jemand im Weg ist, kannst du ihn einfach wegschicken. Hat jemand eine Schlüsselkarte? Hast du sie auch. Im Prinzip entscheidest du, was möglich ist. Ja. Okay. Wie frei kann ich mich mit einer falschen Identität bei Infinity-LTG bewegen? Du hast nur Zugang zur Marketingetage. Also. Ein Termin ist kein Freifahrtschein. Okay, dann bin ich bereit. Also, Aufgaben brauche ich nochmal durchzugehen. Viel Glück. Und erstatte mir persönlich Bericht, wenn du zurück bist. Hier sind Simons Zugangsdaten, dein Dienstanzug, das Overseer-Programm und deine Tarnidentität. Deine Deck-ID-Karte verleiht dir Zugang vom Dach und zum Aufzug. Damit kommst du also ins Gebäude. Vermassle das nicht. Skylar Lumen. Skylar Lumen? So heiße ich jetzt? So, warte, ich... Äh... Anzüge? Nichts ausgerüstet? Wieso ist nichts ausgerüstet gewesen? Hier auch. Warum war das jetzt weg? So, äh... Arbeitskleidung Urban. Helm-Tarnung. Alter, wie geil sieht der denn aus? So, und hier Tarnanzug. Alter, wie geil! Habe ich noch den passenden, äh... Dingens hier? Okay, der Tarnanzug sieht mega aus. Den behalte ich jetzt erst mal an. Der sieht viel, viel besser aus. Der Deal wäre so wichtig für meine Firma. Mach hier keinen Ärger. So. Dolton. Hast du das Programm? Ja. Äh... Slack Game, hier, tu, was du tun musst. Äh, ja, hier ist das. Ich hoffe, du findest die Beweise, die... Ah, komm. Mit Vergnügen. So, lass mich mal sehen. Ah, die Entschlüsselung ist auf etwas gestoßen. Da steckt etwas drin. Ich mag den Entschlüsselung. Das ist genau, was wir brauchten. Diesem Code nach hatte Ularo vor, es durch falsche Beweise so aussehen zu lassen, als würde Masako mit Lucas zusammenarbeiten. Hättest du dieses Overseer-Programm ausgeführt, wären eine Reihe von gefälschten Nachrichten in das Netzwerk von Infinity RTG geladen worden. Masako soll sogar Lucas zu frühzeitigen Versuchen an Menschen ermuntert haben. Ich werde die nötigen Dateien von dieses Lett kopieren und dir eine neue geben. Das Original muss als Beweis gegen Ularo unangetastet bleiben. Alles klar. Okay, ähm... Jetzt haben wir endlich die nötigen Beweise für Ularos Verrat. Ularo wollte also Masako belasten und dafür das Overseer-Programm verbringen? Eine Sache erledigt. Jetzt starten wir in Infinity RTG einen Besuch ab. Hoffentlich glaubt uns der Vorstand auf. Ularo wollte mich ausnutzen, um falsche Beweise gegen Masako ins Spiel zu bringen? Ohne jeden Zweifel. Selbst wenn du den Upload bemerkt hättest, hätte das Programm nicht angehalten werden können. Es wäre zu spät gewesen. Ularo wollte also Masako belasten. Genau. Und hättest du das Programm nicht zu mir gebracht, hättest du selbst diese gefälschten Beweise bei Infinity eingeschleust. Ohne diese gefälschten Beweise erwartet Ularo eine große Überraschung. Sie kann es sicher gar nicht erwarten, dass der SNN den Bericht über die Vergehen von Lucas Drexler und Masako ausstrahlt. Hier ist die neue Slate mit dem aktualisierten Overseer-Programm. Lass uns diese Sache richtig zu Ende bringen. Okay, nice. Ey, ich mag das Outfit, wirklich. Der sieht mega aus. Ich glaube, das werde ich auch für mein Thumbnail nutzen. So, aber wir müssen noch ein paar Sachen verkaufen. Wenn der Deal platzt, war es das mit meiner Karriere. Ich glaube, das Outfit behalten wir auch ein Weilchen an. Den Tarnanzug. Der sieht am geilsten aus, finde ich. Bis jetzt erst mal. Dann müssen wir noch schauen, was es noch so gibt. Apropos, hat er jetzt hier neue Outfits? Willst du etwas kaufen? Willkommen. Hier, guck. Ja, Kleidung hat er jetzt 10. Betriebsrat, Management, Management, Typ 1, Typ 2, Typ 3. Okay, nur Ams Verkaufs. Mach's gut. Neue. Das werden immer mehr Ams. So, okay, aber jetzt noch mal hier. Falls du Vorräte suchst, hast du Lust, was zu kaufen? Sag Bescheid, wenn du etwas... Ja, ich will verkaufen. Waffen habe ich hier wieder jede Menge. So. Der Breach auch nochmal. Grendel. Das ist zu teuer, das ist zu teuer. Der kann auch nochmal weg. Pass da draußen auf dich auf. So. Freezer Ranger. Hier, bei ihm können wir nochmal verkaufen. Du willst das jemanden? So. Verkaufen. Waffen. So. Der hat 12.500. Die Mikrogramm kann weg. Das kann weg. Reitungsachs kann weg. So. Das kann weg. Das kann weg. Äh. Dafür. Der sieht krass aus. Okay. Dann kann das weg. Der kann weg. Jetzt können wir... Kann der das sich nicht mehr leisten? Das ist ein Urban Eagle. Und hier auch nochmal Urban Eagle. 14, 535, 25, 4. Der ist besser. Den können wir noch verkaufen. so. Munition, werfbare Items. Ja, Minen benutzen wir nicht. Kryomine kann weg. Splittermine. Munition habe ich auch immer vor. So. Ich gucke nochmal. Unter Waffen. Ähm. Der scheint besser zu sein, wenn wir den hier jetzt ausgerüstet haben. Äh. Der scheint besser zu sein. Und scheint auch ein Mehrwert zu sein. Äh. tauschen wir ab. Dann können wir den verkaufen. Dann können wir den verkaufen. Freitig. So. Hier Trade Authority. Müssen wir auch nochmal rein. Ja? Was? Ja, Coleman. Ich will dir was verkaufen. Hallo. Ist hoffentlich keine Zeit verschwenden. Wenn du Geld hast. So. 11.000 hat er. So. Dann. Kann der hier weg. Der hier kann weg. Das kann weg. Davon kann einer weg. So. Jetzt nur noch etwas für 104. Haben wir nichts für 104. Bist du fertig? Dann verzieh dich. Ja, bin ich. Verzieh du dich. Alter, ich mag ihn nicht. Von den Piraten der Kürzen fliehen. Von den Piraten der Kürzen fliehen. Und nicht gegen so zu dir. Und nicht gegen andere Schiffen. Ja, aus dem Weg. Aus dem Weg, Leute. Ich bewerbe mich bei Xenofresh. Ich habe kein Problem damit. Schlau zu leben. AppSite? Wir müssen zur AppSite? Wo ist die Firma unten in der AppSite? Ich dachte, ich muss jetzt irgendwo hinfliegen. Okay. Ach, nach New Atlantis müssen. Ach so. Können wir kurz ausprobieren. Wie sozial kann ich mich da einfach so random bei irgendwen? Manipulieren? Ja, ja, hier stinkt's. Aber immerhin verdiene ich was. Ich bin so hinterher. Wann ist der Bericht fällig? Weiß nicht. Okay, krass. Warte mal. Das stand aber auch. Hier unter Sozial irgendwo. Manipulieren. Setze erfolgreich manipulieren gegen fünf verschiedene Personen ein. Du kannst einem NPC-Ziel, das auf oder unter deinem Level steht, vorübergehend Befehle halten. Bist du zehn Level über meinem Level? Bist du zwanzig Level über mein Level? Du kannst meine manipulierten Zielen für längere Zeit Befehle ertragen. Das habe ich jetzt so freigeschaltet. Denn hier ist eigentlich gesperrt. Hier der Bereich. Den habe ich jetzt so. Hier, die Stufe ist gesperrt. Und den habe ich jetzt schon. Gibt es noch mehr Fähigkeiten, die ich so einfach erlernt bekomme? Ich habe nicht mal einen Skill-Punkt dafür ausgeben müssen. Egal, äh, ich weiß jetzt auch nicht, äh, also, was wir da jetzt alles noch so erlernen können. Aber, ich würde sagen, wir machen damit hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Ich bin's, euer Max Deus. Und, ciao!